Liebt er dich oder nicht, das Ruckzuck-Orakul heute. So gesehen, wir schauen rein, nach dem Schnelldurchlauf geht's direkt los. So, liebe Seele. Das sieht doch sehr, sehr spannend aus. Die Frage ist, liebt er dich oder nicht? Und wir gehen jetzt mal in seine einzelnen Schritte hinein. Wir haben hier fünf Linien, die sehr, sehr viel aufzeigen, die ihm auch in der Treue ein bisschen die Kraft geben. Wir haben hier A, mal die Tendenz dazu, dass es auf Dauer eine sehr leichte Fügung geben kann. Also es ist nichts, was in die Negativität verläuft, sondern hier wird tatsächlich etwas miteinander aufgebaut, was derzeit noch so ein bisschen fehlt. Man sieht, die Kommunikation ist sehr, sehr schwach miteinander. Hier könnte sehr viel Ärger vermieden werden, wenn hier nicht dauerhaft ein Rückzug, eine Blockade oder auch das leere Versprechen stehen würde. Auf die Dauer gesehen aber geht es in die Leichtigkeit. Wir haben die Spiegelpunkte, dass hier die Zeit eben die wichtige Rolle spielt und dass daher eine Leichtigkeit der Liebe sich entfaltet. Also die Frage, ob er dich liebt oder nicht, ist derzeit noch nicht so ganz beantwortet im Hier und Jetzt. Wenn wir aber auf die Dauerhaftigkeit schauen, geht es schon in die glückliche Fügung. Und die warme Bindung zueinander geht hier auch in die reine Fülle der Liebe und des Liebesglücks. Ja, das ist schon mal etwas sehr Wichtiges, weil es die Kraft gibt, an die Liebe zu glauben. Denn immer, wenn es mal wieder richtig zerrt, kommt dann doch ein Moment, der wieder zueinander finden lässt. Ja, es ist eine sehr, sehr hohe Achterbahn. Aber, und das ist auch der Grund eurer Vergangenheit, es ist einfach Fakt, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viel passiert ist, was bei dir im Herzen noch sehr an der Leichtigkeit zerrt. Bei ihm, für ihn fühlt sich alles an wie so ein Käfig. Er hat auch immer das Gefühl, alles was er macht, ist nicht genug. Und deswegen geht er dann auch in den Rückzug und die Kommunikation wird deswegen nicht weiter aufgearbeitet. Aber, wir sehen hier, dass die Liebe sehr, sehr tiefgehend ist. Also rupzuck beantwortet, er liebt dich. Der größte Zweifel in ihm ist eben noch die Bindung, weil er Angst hat, dass du ihm seine Freiheit raubst. Das ist eben sein Thema aus seiner Vergangenheit, dass die Festigung immer wieder dazu geführt hat, dass er kein eigenes Leben mehr haben kann, dass er für sich selbst nicht stehen darf. Und auch in diesem Sinne dann keine Entscheidungsfreiheit mehr hatte. Also ihm wurde tatsächlich so ein bisschen die Entscheidungsfähigkeit für sein eigenes Leben genommen. Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er hätte auch Grenzen setzen können. Da er aber im Leistungsdenken ist, dass er immer was tun muss, um gefallen zu können, daher hat er das so nicht gesehen und wollte immer noch mehr leisten und noch mehr leisten, bis er sich verloren hatte. Ja, und deswegen ist der Zweifel noch so tief bei ihm eingebrannt. Der Zweifel löst sich aber auf bei ihm, weil du gibst ihm den Blick mit Geduld auf Zeit ins Glück, der Liebe und der Gleichberechtigung. Die Kommunikation ist derzeit noch etwas, wo man sehr stark daran arbeiten sollte. Man hat hier keine Beständigkeit, man hat hier manchmal auch zu sehr das Ego noch mit im Spiel. Man möchte zu sehr durch gespielte Situationen, zum Beispiel WhatsApp-Status oder Sprüchebilder, möchte man Kommunikation erzwingen. Das ist der total falsche Weg. Da werdet ihr auch in Zukunft häufiger aneinander geraten, solange es noch nicht in der Festigung der Liebe angekommen ist. Wir sehen hier, der wegweisende Prozess, ich lege es mal so hin, dann sieht man es ein bisschen mehr. Der wegweisende Prozess führt dazu, dass man sich gegenseitig öffnen muss und manchmal auch die tiefen Geheimnisse seiner Seele preisgeben muss, wie zum Beispiel diese seelischen Wunden, dass man sich auch gegenseitig besser versteht. Denn ohne dieses Verständnis ist eine Kommunikation schlichtweg unmöglich, weil man sich immer wieder nicht abgeholt fühlt vom Gegenüber. Weil man denkt, derjenige würde etwas verheimlichen und das geht auf Dauer nicht gut. Und weil ihr da beide ein Thema mit habt, wird das etwas sein, was euch längerfristig begleitet. Aber sei im Vertrauen. Dadurch, dass du auch so ein bisschen sein Halt bist und da die Liebe auch ziemlich tief sitzt, kann hier eigentlich nur Gutes geschehen. Und wenn wir noch in die emotionale Blockade reinschauen, sehen wir auch, es ist wichtig, dass ihr euch beide öffnet, dass ihr beide nicht in die Geheimnistuerei geht. Das heißt, auch in deinem spirituellen Denken sei nicht so, dass du denkst, dass du dich verstellen müsstest oder dass du nicht alles von dir preisgeben könntest, aus Angst abgelehnt zu werden. Du musst die volle Fülle zeigen und daher auch somit aus dir herausschlüpfen. Herausschlüpfen in Bezug auf, du bist diejenige, die du bist und er ist derjenige, der er ist. Nur so kann es wegweisend in die tiefgehende Emotionen gehen und dadurch löst sich dann auch die tiefe Blockade. Wenn du eine persönliche Legung willst, schau den Abspann an. Ansonsten freue ich mich. Bis Dienstag.